Hallöchen und Willkommen zur zweiten Folge Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3 und wir sind letztes Mal hier in diesem Tunnel diesen diesen überschwemmten Tunnel hier hier ist zurückgeblieben und wir müssen dir jetzt erstmal folgen folgen jetzt erstmal mit diesen geilen Booten und sollen jetzt erstmal dieses komische U-Boot da ausschalten mit diesen mega krassen Waffen die angeblich die ganze ich sehe sie noch nicht die sind nicht langsam die Dinger da so sehen die also aus und hier liegen echt ganz schön viele hier liegen echt ganz schön viele Minen rum wo seid ihr denn da vorne schon komm gib doch Gas ich probier's ich wollte ein paar Miner ausgeschöpft ich wollte ein paar Miner ausgeschöpft das ist das sind die Basis in der Zeit das ist das ich bleibe jetzt mal direkt hinter euch angehen, wir sollten da wohl unten durch und nicht oben durch. Ah ja, also das zeigt uns die Dinge an, so, diesmal jetzt aber nach unten, unter dem Ding durch, so, zeigt das uns da oben die Tiefe an, oder was zeigt uns das dann? Alter ist das, lol, ist das das, ist das, ist das das U-Boot, fett. Ich höre schon die Rotoren hinten, ah ja, schon dabei, und ran nach, jawohl, Mine ran, BÄM, aktiviert, und los geht's. Minen scharf, Abstand halten. Und was hat denn? Zünden wir die Mine, drückt drauf. Oh, jawohl. Oh, jawohl, jawohl. Irgendwann, wir müssen hier bei den Wochen eine Bevolle bekommen. Alter, was war das denn? Was ist das mit York? Ach du schon. Oh! Ach, das ist richtig hoch. Könnte vielleicht mal diese komische Maske, hier haben wir diese Atemschutzmaske stört ein bisschen an den Rändern. Fett. Alter! Was der weggerissen hat. Fett. Ah ja. Okay. Los geht's. Kommt aus der Luke! Lui! Alter nicht. Renate! Ja, los. Reiner. Ja, rein. Los. Unterdach. Jawoll. Alter. War das eine Raufgranate oder eine normale? Alle Ziele. Oh, ne. Vier. Kann ich das gar nicht einsetzen? Loll. Die P90. Was haben wir denn da zwei Drücken? Nehmen wir uns mal die P90, ne? Fett. Und weg. Und weg. Setman, warum gehst du auch so nah da ran? Lol. Stand der hinter mir? Ne. Jim Collins. Los, nun nochmal da rein. Ziele sind feindlich. Alle Ziele sind feindlich, ja. Hast du die P90? Ja, hast du. Okay. Der ist tot. Weg. Loll. Kann ich hier rein? Ne, kann ich nicht. Weg. Noch irgendjemand? Da kommen schon noch welche. Loll. Bruder. Wow. Ach, das. Loll, alter. Fett. Ah, wie fließend. Genau. Oh Gott, das ist ja Setman. Fuck. Loll. Plateau. Plateau. Ihr wollt mich doch alle verkackeiern, ne? Und nochmal. Weg. Oh, was? Alter, ich schieße immer auf Setman. Weg da. Weg da. Leute. Alter, ich sehe ja klar, ich kann schon genau das Ding rein. Alter, wo die Male herkommen Ich höre schon in den Kommentaren, du sagst Oh, lol Komm, stirb Ah, los, wir wechseln schnell die Waffe Und wo ist hier noch einer? Loi! Oh, der ist das Sandman Wenn von hier oben alle jener lang beziehen Aber wo seid denn die Äsche? Okay, Sprengladung an der Tür anbringen Äh, alter, was ist das für eine fette Sprengladung Ja, genau Jawohl, und die haben alle mit Alle mit einmal ausgeschaltet Ja, Leute, alter, Sandman Okay, ich hab die Startcodes Overlord, hier Metal 01 Schicke Checkpoint Neptune, over Verstanden 01, bestätige Neptune Ich habe den Raketenschlüssel und greife jetzt auf die Startcodes zu Koordinaten folgen Tango, Whisky, 0, 5, 6, 6, 2, 8 Was macht der da jetzt? Koordinaten bestätigt Feuer auf russische Flotte in 30 Sekunden Frost, an die Konsole Ah ja, ok Ah ja, und rein damit 3, 2, 1, drehen Overlord, Raketen bereit und abgefeuert Verstanden, Zielteam in Evakuierungsposition Los, los Boho, Boho, Boho Ah, es ist jetzt weiter ansteht Hier Alter, fett weil wir dürfen Boot fahren Juuu Oh! Miałum. Upsch. Und Teile. Miałum. Oh, oh, oh! Alter, das war... Loll. Das war ganz schön knapp. Ich trete doch schon drauf. Oh, Loll. Alter, wie das hier abgeht. Ja, genau. Alter, wie das hier abgeht. Oh, oh, oh! Alter, lol Haha, wie geil war das denn Alter, das war voll Bock, egal Wir fahren hier einmal unter den Ich sehe nichts, ich sehe nichts Kann es sein, dass wir einmal im Preis fahren Nur ein paar Mal Alter Alter Was hier abgeht, Mann Fett Die sind schon unterwegs, in Rheinland Jawohl Zieh mich rein, ja Leute, ich stehe im Wasser Eisener Ohohoho Also wie New York aussieht, ey Das ist ja halb Halb Schrott, ey Schönen Tag, Overlord Pryce, den kenn ich auch, den kenn ich auch Pryce, den kenn ich auch Und Nikolai auch Soap schafft es nicht ohne Versorgung Er ist ein harter Hund, er packt das schon Wir erfassen Anrücken der Signale Wir bekommen Besuch Es ist Makarov, er will es hier beenden Ah ja Wer ist unser bester Mann Drei und wir machen einfach noch eine Mission Unterher, weil ich Weil ich Ich werde voll Bock machen verspielt Eigentlich würde ich jetzt Pause machen, aber wir machen noch eine Ah, das kenn ich doch Wir müssen Soap zum Hubschrauber bringen Was ist das? Fett Ohohohohoho Alter Ich würde sagen, das waren, ähm Ah Personal non Prata Juli 7. Immer 17. August Was ist das denn für eine scheiß Knarre Die verzieht ja total Sie sind in den Hof eingedrungen Alle ausreiten Wir müssen sie aufhalten Bis wir so bewegen können Oh Wow Sind die da hin Los Granate Ist schon da Alter Wir hätten ihn da einfach reingeschossen Wir hätten ihn da Alter Wir hätten ihn da einfach die Spritze reingesteckt hat, ne Ach du Scheiße Haben wir noch bessere Waffen als die, Kacke Oh, die sieht doch schon mal viel besser aus Ach der ist ein Alter, meine Maus rieb mich ganz schön mit Total auf Wir müssen über den Hof rüber Oh, Alter Das sieht doch schon mal viel Oh, lol Das ist ne Waffe, Junge Das ist ne Waffe Alter Alter Was stellt sich da auch mitten rein In das, Alter Er stellt sich mitten in die Granate In das Ding rein Doch in die Blankgranate Komm, mach die Tür auf Schnell los Wo ist rossische Drohne Wo Die da hinten aber nicht Ich hab halt gerade einfach mal auf die Dings Ja Fett Ja Alter, wie das jetzt abgeht Bäm Alter, da oben stehen sie Komm Ich weiß aber immer nicht, wie man dieses Ding ausstellt Loll Wo kann der denn jetzt her Oh, das muss man normal machen Oh, das war ich schon so weit Komm, die da hinten Noch schon eine Komm, die da hinten Können wir preis Keine Sniper Haben wir hier keinen Sniper? Oh, der war fett Fuck, alter Leute, Leute, alter, alter, alter Alter, ich hab, alter, ich hab was Alter, ich hab nicht knallt Fett, nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, bitte nicht Oh Oh, 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 oh Wo sind die hier? Da vorne Das war Oh, 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 oh Oh, 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 oh Das ist Oh 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 dear Saying tai Hey Oh bei uns wir sind ja das er gab es um die Ich brauche eine Waffe. Gib mir mal eine Waffe. Hallo, gibst du mir vielleicht mal bitte eine Waffe? Bäh. Könnt ihr mir hier keine Waffen geben? Hallo, ich brauche eine Waffe. Unterwesens Munition. Ich habe nämlich nichts mehr. Die Waffen können diese Dinger nicht beschädigen. Die Fahrzeugterone ist in einer Kiste, direkt unter Ihnen. Direkt unter Ihnen, unter uns. Achso. Ah, ja. Mach mal auf. Achso. Sobald er nicht mal anvisiert ist, kann ich hier einfach draufknallen. Haben hier keine Munition oder Besen. Alter, Verwalter, ist das denn geil? Wuhu, wuhu. Dein Job, Juri. Nikolai, wie ist so im Zustand? Sehr schlecht. Jawohl, ist das denn gefahren? Ist ja geil. Hahaha. Jawohl. Hahaha. Wuhu. Jawohl. Jawohl. Noch einer da. Jawohl. Jawohl. Mit Granatloch. Mit Granatloch. Ja. Wuhu. Also das ist ein Spaß, Mann. Jawohl. Bäm. Wuhu. Komischen Alter, ich dachte 2 cm dicke Panzerung Und jetzt? Ahaha, ihr Loser Stellt direkt einer vor mir, ey Ich seh sie nicht Fuck ihn, fuck ihn hier, die da oben Leckt euch Oh fuck, die Schützen Ah, jetzt seh ich schon fast nichts mehr Hat er so beschämt, wie er schon wieder Jawohl, ah ja, hier ab geht man Jawohl Oh fuck, Christ Wir sind beim Heli, gelang und tot geht rein Er sieht nicht gut aus Oh, nehmatruf Joll Fett Gott, das war's Oh Ich brauch nur ne Waffe Los, los Ja, waffe Alter Nein, ich bin hier durch Ah Ja, zwischendurch Nach, los Gas, 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 gas Oh Alter Fett, lauf, 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 lauf Oh Null Genau Fuckin Drohne Alter Halt die fest, halt die fest Nein Wow, Alter Wow Wow Jawohl Nein Oh Gott Oh, nicht auf dem Stein Oh, zu Glück Fett Oh, ho, ho Oh, ho Oh, mal Hilfe Hallo 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 Schwimm doch mal ordentlich Hallo Ich kann nicht schwimmen Oh Achso, er hat sich fest Gut Oh, Luft Gut Alter, was ist das für geil Die Tattoo, es geht schon auf dem Arm Der ist kaputt Da ist er Da ist Juri Gut, wir wollen auch reden Wir schnappen uns mal Chaos Los geht's Zielöffelt Zielöffelt Das war ja mal geiles, Alter Die war ja geil Das heißt, im Krieg sei die Wahrheit Die war das erste Mal Black Viking Vollgelang, aber wie er definiert ist Who is this? Geld Oh Ah 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 ja Nach Hamburg Jetzt geht's nach Hamburg Jetzt geht's nach Deutschland Oder was? Das ist die Pflicht jedes Soldaten Die Unschuldigen zu beschützen Auch wenn das bedeutet Die Lüge von Gut und Böse Aufrecht zu erhalten Das Krieg nicht einfach nur Natürliche Selektionen In großen Holzstab ist Doch wie es aussieht Könnte endlich wieder Frieden Auf der Lettage Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben Das ist ein Nur jemanden Der das Streichholz entzündet Office of the President Russisch Federation Federation Ah, Federation Ah ja, okay Hat sich erlebt Federation Also Federation Federation Team 1 Team 1 Das Präsidentenbüro ist gesichert Ah ja Team 2 Turbulenzen 3. Oktober 18.30 Uhr 30 Sekunden Russische Flugzeuger Wir werden in 2 Stunden in Hamburg Team 1 beim Präsidenten bis zur Landung bleiben Ich kühle dich, ey Ich kühle dich Hallo Ah, hallo süße Du nimmst mir die nicht weg Was guckst du? Was guckst du? Ah Was guckst du? Okay Ich sage, würde man sagen Ja, machen wir Schluss für heute Ja, wir machen Schluss für heute Genau an dieser Stelle Und ja, ich würde sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme Bis denn Bye Guck nicht so